Die hier vorliegende Jubiläumsfolge von Hoxella ist denn nicht geeignet für Personen, die alles Bier ernst nehmen. Und nun viel Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen zu Hoxella, dem skeptischen Podcast aus Neuschwanland. Wir haben erfahren, dass in Moskau noch Überreste vom Schädel von Adolf Hitler zu finden sind. Und deshalb haben wir uns entschieden, und das freue ich mich sehr zu verkünden, dass die letzte Phase des Projekts Neuschwanland damit beginnt. Wir werden mit unseren Flugscheiben nach Moskau fliegen, die Überreste vom Hitler bergen und ihn mittels modernster Nazitechnologie, also Klonen und Globuli, wieder zum Leben erwecken und mit ihm die Weltherrschaft an uns reisen. Natürlich ist es dazu notwendig, dass wir dem Feind, also dem Amerikaner und dem CIA, dass wir denen ihr wichtigstes Propaganda-Instrument wegnehmen, nämlich den Podcast Hoaxella. Wir haben die beiden Agente, die unter dem Deckname Hoaxmistress und Hoaxmaster operiert, die haben wir in die Antarktis entführt. Wir haben uns das 99-Folge lang angehört und jetzt ist wirklich genug. Nein, selbstverständlich ist es nicht genug. Liebe Alexa, liebe Alexander, vielen Dank für 100 Folgen Hoaxella, die sowohl unterhaltsam als auch lehrreich waren. Ich freue mich auf die nächsten 100 Folgen und wünsche euch, dass euch der Spaß bei der Sache nie vergeht. Vielen Dank und liebe Grüße von Stefan vom Spoiler Alert. In diesem Sinne, immer schön skeptisch bleiben. Hallo und herzlich willkommen zur 100. Folge von Hoaxella, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die Hoaxmistress, Alexa. Ja, hallo, immer noch, nach 100 Folgen noch. Man mag es kaum glauben. Und wie gerade schon die Intro gezeigt hat, wird dies eine Folge, die in weiten Teilen etwas ungewöhnlich ist. Wir haben das große Glück von zahllosen Hörern, die entweder selber Podcaster sind oder auch in Anführungsstrichen nur Hörer sind, Einsendungen bekommen zu haben, die immer wieder hier in diese Folge einfließen werden. Dabei sind ganz viele Personen, die man sicherlich gut kennen wird, die sehr viel Positives zu berichten haben, aber auch einige andere Dinge. Da werden wir den einen oder anderen Einspieler sicherlich noch dann haben heute in der Folge. Was gibt es sonst zu berichten? Wir haben Skeptics in the Pub hinter uns gebracht am letzten Dienstag. Das war ganz schön. Da waren, glaube ich, 50 Leute ungefähr, kann man sagen. Ja, ein bisschen weniger, aber es war gut gefüllt. War gut gefüllt und hat viel Spaß gemacht. Und wir sind ganz froh, dass wir also auch auf einer Bühne offensichtlich halbwegs bestehen können. Und bevor wir auf die Story der Woche eingehen, hören wir uns noch ein paar Einspieler an. Und dann wird uns Alexa wie immer eine schöne Geschichte erzählen. Genau. Hey, hey, Hoaxzilla. Dankeschön für mittlerweile 100 Folgen, spannende Unterhaltung und Informationen über Dinge, von denen ich nicht mehr wusste und dass ich sie wissen wollte. Es macht mir wahnsinnig Spaß, euch zuzuhören und ich freue mich auf jede Folge. Und ja, macht einfach weiter so. Das wäre sehr schön. Ja, wie man hören kann, haben wir nicht nur männliche Fans, sondern auch weibliche Fans. Vielen Dank dafür. Da gibt es nachher noch mehr Einspieler. Der nächste Einspieler muss ein bisschen kommentiert werden, weil ich den nicht höher werden will als alle andere. Aber das ist eine Sache, da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Lorenz Mayer, der Chef der Schengfui-Gemeinde der Welt, unser aller Guru, hat uns eine Audionachricht aus China in einem Glückskeks zukommen lassen, in dem sich ein USB-Stift befunden hat. Und das ist insofern ganz, ganz besonders, weil es genau zwei Audiodokumente von Herrn Mayer gibt. Es gibt ein ganz altes Radiointerview. Und es gibt diese Audiogrußbotschaft vom großen Guru, vom Unser Allermeister. Und dafür vielen, vielen Dank, dass er aus seiner Meditation erwacht ist, um uns zu 100 Folgen Huxeler zu gratulieren. Und was ihr da hört, ist tatsächlich die echte Stimme von Lorenz Mayer, der uns gratuliert. Und auch dafür nochmal vielen, vielen Dank. Hier spricht Lorenz Mayer, der charismatische Guru und Leiter der Schengfui-Sekte. Ich bin zur Zeit im fernen China, weil ich dort unsere Fertigungsstätten für Klangschalen inspiziere. Ich kann schon mal sagen, da kommt demnächst was richtig Großes auf euch zu. Wir arbeiten an einer neuen Multifunktionsklangschale. Eine Riesensache. Neben den üblichen Funktionen kann man sie nämlich dank einer eingebauten Induktionsspule auch als Bratpfanne für Käufischstäbchen verwenden. Und dank des praktischen Lederriems ist sie mit wenigen Handgriffen zur strahlensicheren, aber dennoch totschicken Kopfbedeckung umgewandelt. Aber kommen wir zum eigentlichen Anlass meiner Grußbotschaft. Liebe Alexa, liebe Alexander. 100 Folgen des Huxeler Podcasts in derart kurzer Zeit. Das ist eine Lebensleistung, die selbst einen Wiedergeborenen wie mich in Ehrfurcht erstarren lässt. Wobei ich zugegebenermaßen immer noch nach dem Haken suche. Bei einem derart hochwertigen Programm mit einem überaus sympathischen Moderatorenpärchen muss es den einfach geben. Egal. Zu eurer sagenhaften Jubiläumssendung entsende ich die energetischen, ach die voll energetischen Glückwünsche der versammelten Sheng-Fui-Gemeinde und wünsche Xi Heil für die nächsten 100 Folgen. So, jetzt mache ich mich aber wieder an die Arbeit und höre die 99 vorherigen Folgen rückwärts. Ich will endlich der verschlüsselten Botschaft auf die Spur kommen. Euer Lorenz. Moin Hoaxmaster, moin Hoaxmistress. Hallo Alex, hallo Alexa. Hier sind Holger. Und Arne. Von Dirty Minutes Left. Dem großartigen Podcast, der mittwochs immer live sendet. Genau. Und wir wünschen euch alles Gute zu eurer 100. Folge. Soweit haben wir es leider noch nicht geschafft. Aber das kommt natürlich bei uns auch noch irgendwann. Genau. Danke, dass du Alex bei uns im Podcast warst und wir wünschen euch auf jeden Fall noch weitere 100 Folgen und wünschen euch natürlich auch, dass ihr und eure Hörer immer schön skeptisch bleibt. Genau. Bis dann. Tschüss. 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 Die Story der Woche. In der Story der Woche geht es diesmal um einen Verteidiger eines Angeklagten in einem Mordfall. Genauer gesagt hat es ein Todesopfer gegeben bei einer Barschießerei. Das Ganze klingt nicht nur ein bisschen nach Western. Das ist auch fast eine Western-Geschichte. Und dieser Verteidiger ist der Überzeugung, dass das Opfer sich bei dem Gerangel und bei den ganzen Umständen, bei dem Wirrwarr selber erschossen hat und der Angeklagte unschuldig ist. Und er demonstriert im Hotelzimmer einigen Leuten, wie er glaubt, dass die Ereignisse stattgefunden haben. Er nimmt dazu eine Pistole, von der er natürlich ausgeht, dass sie nicht geladen ist. Und zeigt dann den Anwesenden, wie sich das Opfer, während es sich aus einer knienden Position erhebt und die Pistole aus einer Tasche zieht, selber erschossen hat. Das Problem an der ganzen Geschichte war nur, dass die Pistole leider doch geladen war und er sich im Zuge dieser Demonstration selbst erschossen hat. Das heißt also, er ist schwer verletzt worden. Er ist dann später an seinen Wunden gestorben. Allerdings war es dann wirklich so, dass der Angeklagte freigesprochen worden ist, weil man dann natürlich den Beweis hatte, dass es tatsächlich so gewesen sein konnte, dass das Opfer sich selber erschossen hat. Das ist eine sehr abgefahrene Geschichte. Ja, völlig verrückt, oder? Naja, wir werden aber natürlich aufklären, ob das stimmt oder nicht. Und werden jetzt erstmal, bevor wir auf das Thema der Woche eingehen, nochmal ein paar Einspieler haben. Der ganze lustige Charakter ist natürlich klar unserer Sendung, aber wir haben auch einen sehr nachdenklichen Einspieler bekommen, den ich an dieser Stelle einspielen möchte, wo man doch sieht, dass wir zwei Personen daraus sehr bewegt haben mit Hoaxilla. Und für alle Freunde von Verschwörungstheorien noch der Hinweis, in diesem Jingle sind verborgene Nachrichten enthalten. Hoaxilla haben mein Leben verändert. Alexa und Alex haben Licht gebracht, leuchten das Wissen, wo sonst nur Dunkelheit war. Einhundertmal haben sie sich schon Fragen angenommen. Auch in mir so brennende Fragen. Die haben Antworten geliefert. Und sie haben Narrative zerstört. Ohne Hoaxilla, ohne noch mindestens 100 Folgen mehr, wäre diese Podcast-Welt eine andere. Also irgendwie klingen wir komisch. Nee, kann nicht sein. Ich habe extra hier die richtig teuren Kabel verlegt. Ralf, wir klingen komisch. Und das lässt man nicht durchgehen. Gerade nicht bei uns. Gut, ich habe hier irgendwo noch ein ganz tolles Kabel. Das ist bei Vollmond verdrillt und soll ganz doll klingen. So. Hier klingt immer noch komisch. Jetzt nur anders komisch. Ja, okay. So, raus. Ah, hier ist noch eins. Das sollen die Beatles schon in den Abbey Road Studios benutzt haben. Probieren wir doch das mal aus. Dad, see, law. Na, nee, ach, schieß ab, hinten sind der euch. Nee, das ist auch komisch. Gut, okay. Eins haben wir noch hier. Das ist angeblich aus Russland. 24, 35, 35, 28, 42, 30, 44, 43, 28, 49, 44, 41, 31, 44, 37, 27, 28, 41, 43, 42, 43, 28, 37, 29, 38, 35, 30, 28, 45, 38, 37, 41, 24, 35, 29, 44, 37, 27, 26, 35, 24, 40, 47, 32, 24. Ralf, wer war denn das? Keine Ahnung. Oh, oh, guck mal, wir klingen gut jetzt. Und was hast du jetzt für ein Kabel genommen? Mal schauen, warte, da ist Packung. Das hat ein Slogan, das Kabel. Und das heißt, der Slogan geht, es gibt immer was zu tun. Sehr audiophil das Ganze. Absolutes Profizeug. Das kann man nur am laufenden Meter kaufen. Und heißt der Kupferlitze von Hornbach. Kostet? 59 Cent. Hm. Liebe Hoaxmistress, liebe Hoaxmaster, hier ist der Sebastian vom Wertungsfrei Podcast. Ihr hättet dazu aufgerufen, Audio-Feedback zu geben zu eurer hundertsten Sendung, was ich hiermit dann auch tun möchte. Und ja, wie soll ich das Ganze beschreiben? Ihr wart so einer der ersten Podcasts, die ich tatsächlich gehört habe. Nach ZRE der zweite war es, glaube ich. Leider fällt es mir ein bisschen schwer, das Ganze zeitlich einzuordnen, aber doch auch schon eine Weile her. Es war aber auch nicht irgendwie eine der ersten Folgen, die ich von euch gehört habe, sondern es war schon mittendrin. Ich habe dann relativ schnell alle Folgen nachgehört und bin jetzt immer sonntags direkt mit dabei und warte immer schon auf die wirklich aktuellste Folge. Ich wollte euch auf diesem Weg einfach nur sagen, macht weiter so. Viel besser kann man diesen Podcast eigentlich nicht machen und ich freue mich noch auf viele weitere Folgen von euch und macht weiter so. Tschüss. Hallo, meine lieben Hoaxerlein. Ich muss euch doch jetzt nochmal gratulieren, dass ihr das rechtzeitig geschafft habt mit eurer hundertsten Sendung vor dem Weltuntergang noch. Ja, das finde ich sehr bemerkenswert und ja, danach hat das sehr wenig Sinn. Ich habe immer eure Sendungen zum Anlass genommen, das meinen Verschwörungsmenschen nahe zu bringen, aber ja, nicht nur, dass sie nicht lesen, hören, tun sie auch genauso wenig. Total sinnlos, ja. Und der eine, der hat sich ja auch in seinem Bunker, glaube ich, jetzt eingemauert, habe länger nichts von ihm gehört. Also die Chemtrails erwischen ihn jetzt nicht mehr. Und der andere, der ist irgendwo in Peru auf einem Hochplateau, ich glaube, auf einer Pyramide mit seinen Kollegen. Die wollen sich da abholen lassen von einem UFO, rechtzeitig vor dem Weltuntergang. Ich glaube, die wollten nach Peter Goitze. Weiß ich aber nicht genau. Also, das ist eure Sendung für mich jetzt eigentlich hinfällig, aber dann auf weitere 100, nicht? Schönen Joos. Thema der Woche Ja, als Thema der Woche haben wir uns das sogenannte Wow-Signal vom SETI-Projekt gefehlt. Und bevor wir jetzt auf das Wow-Signal eingehen, haben wir selber auch zwei Wow-Signale bekommen. Wir haben ja auch internationale Grüße bekommen. Den einen von Kylie Sturges vom Talk & Skeptic Podcast, den wir jetzt einspielen werden, und danach noch einen internationalen Gruß. Und in diesem Gruß haben sich vier versteckte Nachrichten beinhaltet. Also, und vor allen Dingen so oft, wie ich Wow gesagt habe, bei den einen Sendungen, das gibt es überhaupt gar nicht. Also, wir haben nicht nur ein Wow-Signal, wir haben irgendwie gleich, weiß ich nicht, 30 oder so. Genau, das war ja auch dann die Idee, diese Folge zum Wow-Signal zu machen. Ja, der zweite Einspieler, die Tasse, das ist schon angekündigt worden von Herrn Bartoschek, dass er da eine Tasse aus seinem Privatfundus verlosen möchte. Und was dieser zweite Einspieler dann mit Herrn Bartoschek zu tun hat und vor allen Dingen, welche Geschichten, welche verborgenen Geschichten sich in diesem Hinweis ergeben, das gilt es von euch herauszufinden. Und das ist tatsächlich so der erste, der die vier verborgenen Nachrichten, das sind vier, in diesem Einspieler identifiziert. Der gewinnt eine Tasse, also dann eine E-Mail am Schicken. Das Lustige ist, wir würden die Tasse nicht gewinnen. Wir haben die nämlich noch nicht entdeckt. Da hatten wir noch keine Zeit für. Insofern, rätselt da mal. Und dann hören wir uns jetzt die beiden Wow-Signale an, bevor wir dann auf das eigentliche Wow-Signal nochmal zu sprechen kommen. This is a special message to Hoaxilla Podcast with the German translation provided by Google. Braun, Porsche, Deutsche Bank, Lufthansa, Volkswagen, Wiener. Have a wonderful 100th episode Celebration Hoaxilla. Alexa and Alexander, you do a magnificent job with your skeptical podcast. Your show is an inspiration and I hope that there are many more podcasts to come. Johann Wolfgang von Goethe, Dr. Seuss, Neandertal, Gerhard Schröder, Arnold Schwarzenegger, Fahrvergnügen. Much love to all of you from Kylie Sturgis of the Token Skeptic Podcast in Australia. Jörg Haider, Kindergarten, Gesundheit, Poltergeist, Strudel, Dachshund. Uh, oops, that wasn't meant to happen. Kaputt. Hoaxilla, yes, of course. Hoaxilla, ja klar. Der skeptische Podcast, früher aus Münster, jetzt aus Hamburg, war zunächst ein interessantes Experiment. Und zunächst waren die nur Kollegen. Mittlerweile sind die das wichtigste skeptische Audioprogramm, das sich in Deutschland mit skeptischem Zeugs beschäftigt, samt positiver Attitüde. Und die früheren Kollegen sind gute Freunde geworden. Ja, das Wow-Signal, also da könnt ihr jetzt an dem Wow-Signal von Herrn Bartoschek, könnt ihr mal dran rätseln. Wir haben uns gedacht, wir beschäftigen uns heute mal dann mit diesem, ja, vermutlich, so sehen es viele Leute, besten Hinweis auf ein außerirdisches Funksignal, das die Welt jemals erhalten hat, das sogenannte Wow-Signal. Und worum geht es da genau, Alexa? Ja, ich könnte jetzt so ganz episch anfangen. Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 1977. Und wir begeben uns zum Big Ear Radio Teleskop nach Ohio, wo dieses Signal aufgezeichnet worden ist. Und das Ganze ist im Rahmen des SETI-Programms aufgezeichnet worden. Und SETI horcht, wenn man so will, ganz salopp gesagt, macht den Himmel nach irgendwelchen außergewöhnlichen Signalen ab, die sich vom Hintergrundrauschen abheben. SETI steht dabei, um es ganz kurz zu sagen, es ist eine Abkürzung, es steht wie auf Search for Extraterrestrial Intelligence, also die Suche nach außerirdischer Intelligenz. Genau. Und warum macht man das mit einem Radioteleskop? Der Hintergrund ist einfach folgender. Man geht davon aus, dass interstellare Raumfahrt so unwahrscheinlich und so schwierig ist. Da gibt es übrigens einen super Blog-Eintrag von Florian Freistetter, Astrodictikum Simplex, kann man mal gucken, dass außerirdische Intelligenzen, wenn sie denn von uns oder mit uns Kontakt aufnehmen wollten, das eher auf diese Weise tun würden und nicht unbedingt versuchen würden, zu uns zu gelangen. Man sucht aber nicht nur nach einer gezielten Kontaktaufnahme, sondern man sucht auch nach anderen Kommunikationen, die zufällig in unsere Richtung zeigen. Es ist natürlich extrem unwahrscheinlich, dass man sowas auffängt. Also angenommen, ein weit entfernter Planet, der mit einer Zivilisation bevölkert ist, würde jetzt versuchen, von diesem Planeten aus mit einem Schiff im Orbit oder was auch immer Kontakt aufzunehmen. Und das muss dann auch noch zufällig in unsere Richtung gerichtet sein, dieses Signal. Naja, wenn das dann einträte, würde man auch das versuchen aufzufangen. Das ist der Hintergrund von SETI. Das Programm ist natürlich arg eingestampft worden. Genau, weil man die Mittel dafür nicht mehr bereithalten wollte. Eine Besonderheit von SETI ist, und das war mir auch noch nicht so bewusst, bevor wir angefangen haben zu recherchieren, ist die Tatsache, das seht ihr, eher nicht. Sowas ist wie die Suche nach einem Fernsehprogramm. Also man könnte sich jetzt blöd vorstellen, man ist froh, wenn man irgendwelche Signale, die vielleicht unseren Radio- oder Fernsehsignalen entspricht. Und dann würde man feststellen, oh, da ist irgendwas auf irgendwelchen Frequenzen. Sondern man macht was ganz was anderes. Man sagt nämlich nicht, wir versuchen die normalen Sendesignale eines Planeten abzugrasen, so wie wir sie selber auch aussenden. Sondern man sucht nach Signalen im Radiobereich, und zwar im Bereich von 1421 Kilohertz. Warum das genau? Das liegt daran, dass das eine Frequenz ist. Da spricht man dann von einem Atomübergang des Wasserstoffatoms. Das kann ich jetzt an dieser Stelle gar nicht erklären. Ist aber tatsächlich ein Energiespektrum, was sich sehr gut eignet, um auf lange Distanzen Signale zu übersenden. Und ist natürlich allen so bekannt und so verbreitet, dass man davon ausgeht, dass das eben auch entsprechend gedeutet werden kann. Genau, also Wasserstoff, weil Wasserstoff eben im gesamten Universum das häufigste Element ist, hat man gesagt, wenn jemand über weite Distanzen Kontakt aufnehmen will, würde er sich vermutlich diese Frequenz nehmen. Was die erste Grundannahme ist, wenn das nicht der Fall ist, da würde man also auch ins Leere horchen. Das sagen ja viele Kritiker von SETI. Das nächste Problem wäre tatsächlich, wenn eine außerirdische Intelligenz, wir kommen nachher noch aufs Signal, wir reden jetzt gerade mal ein bisschen klein, so ein Signal ausschicken würde und es würde uns erreichen über weite Distanzen, dann müsste die Energie sehr, sehr, sehr hoch sein. Man müsste also quasi die gesamte Energie, die die Menschheit bisher verbraucht hat, nutzen, um so ein Signal ausschicken zu können, das weit genug reist im Weltall. Also insofern scheint es doch relativ schwierig zu sein, diese Energien zu verschicken. Es gibt einen sehr schönen Artikel auf der Seite Final Frontier aus der Schweiz. Die beschreiben das sehr, sehr schön. Ja, wirklich sehr verständlich. Ja, ich würde es gar nicht so zusammenfassen. Also ein Signal auf dieser Frequenz zu versenden, ist sehr speziell, muss mit sehr viel Energie geschehen und man muss dann auch noch das Glück haben, mit den Radioteleskopen sozusagen in das Leuchtfeuer hineinzukommen, damit überhaupt ein Signal aufkommt. Diese ganzen Einschränkungen, jetzt wissend, macht es aber trotzdem nochmal sehr interessant zu sehen, dass es 1977 einen Ausschlag gab, der dann kommentiert wurde von dem Astrophysiker Jerry R. Amen, der das anmarkerte auf so einem Computerausdruck und mit rotem Stift Wow daneben schrieb. Daher kommt ja auch der Name. Genau, also da gab es einen Mr. Dixon bei diesem Programm und beim Big Ear. Der hat die ganze Software geschrieben, mit dem sie dann die Daten irgendwie ausgewertet haben. Und Mr. Amen hatte die ehrenvolle Aufgabe, die Ausdrucke quasi nochmal durchzuschauen und zu scannen. Und das hat er eben an diesem Tag auch gemacht. Und da ist ihm dann eine Signalfolge mit ganz bemerkenswerten Eigenschaften ins Auge gestochen, sodass er die eben mit seinem roten Stift umkreist hat und daneben Wow geschrieben hat. Und das Ganze ist dann eben bis heute als Wow-Signal bekannt. Wir können ja gerade nochmal kurz zusammenfassen, welche Eigenschaften so ein Signal hätte, damit es überhaupt auffällig ist und darauf hinweist, dass es eventuell einen intelligenten Ursprung hat, so will ich es mal nennen. Zunächst mal ist ganz wichtig der Punkt, dass es von der Erde aus gesehen von einem festen Punkt am Himmel kommen würde. Das wäre zum Beispiel schon ein Hinweis darauf, dass es tatsächlich aus dem interstellaren Raum kommt. Es wäre besonders schmalbandig. Das heißt, es wäre fokussiert auf einen sehr kleinen Bereich des elektromagnetischen Spektrums. Das ist so, wie wenn man einen Radiosender einstellt. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Wir sind ja auch nur auf einer Frequenz. Und wenn man dann weiter schaut, dann wird der Empfang gleich schlechter. Man kriegt kaum mehr Signal rein. Dann wäre es wahrscheinlich so, so vermutet man, dass sich der Frequenzbereich in dem Bereich bewegt, in dem der neutrale Wasserstoff strahlt. Das hatten wir ja vorhin schon gesagt. Das eignet sich einfach besonders gut für einen Kommunikationsversuch. Die Intensität, das heißt die Signalstärke, wäre sehr, sehr hoch. Denn es muss sich ja über sehr, sehr weite Strecken durch den Raum fortpflanzen. Es wäre auch höchstwahrscheinlich, dass sich das Signal aus der Hemisphäre zu uns bewegt, die dem galaktischen Zentrum näher ist. Also quasi aus dem Zentrum der Milchstraße. Und jetzt kommen wir zu ganz wichtigen Punkten. Das Signal sollte natürlich auch später wieder auftauchen. Das heißt, es sollte replizierbar sein in irgendeiner Form, nochmal aufgenommen werden. Und es sollte natürlich im Idealfall irgendwie eine Information enthalten. Ja, das sind die entscheidenden zentralen Punkte. Und wenn wir uns jetzt mal das Signal angucken, und da ist auch ganz wichtig, dass wir darüber nochmal sprechen. Das Signal besteht letztendlich aus sechs Buchstaben. Auf einem Ausdruck, auf einem Computerausdruck aus den 70er Jahren. die dann, wenn man sie dann dekodiert, die Buchstaben zeigen, dass zu einem Zeitpunkt die Signalstärke dessen, was das Big Air Radioteleskop aufgefangen hat, 30 Mal stärker war als das normale Hintergrundrauschen des Universums. Genau. Und die Eigenschaften, die da aus dieser Zahlenfolge, die kann ich auch einfach mal, das wird jetzt am wenigsten was sagen, aber kann ich einfach mal vorlesen. Das ist 6EQUJ5, zeigen einfach erstens, dass das Signal eine sehr hohe Intensität hat, nämlich 30 Mal größer als das normale Hintergrundrauschen, was aufgezeichnet wird. Und es hat einen Peak. Das Ganze hat 72 Sekunden gedauert und hat nach 36 Sekunden einen Peak, das heißt die höchste Intensität erreicht. Und das ist eigentlich genau das, was man erwarten würde, wenn man mit einem quasi fix auf den Himmel gerichteten Radioteleskop ein festes Signal auffängt. Weil nämlich die Erde sich ja dreht und sich dann unter diesem Signal entlang bewegt und das genau würde 72 Sekunden dauern. Das Big Air Radioteleskop bei der Gelegenheit war übrigens nicht so das Radioteleskop, was man vielleicht aus Filmen wie Kosmos oder so kennt, diese tollen Schüsseln, sondern war eher so ein flaches Ding, was so ein ganz bisschen vielleicht aussah wie so eine ganz, ganz, ganz flache Halfpipe für Rollerboards. Wie heißen die denn? Ich komme mal auf Skateboards hieß das Wort, also für Skateboards. Und das war also sozusagen eine der ersten Radioteleskope, mit der man das gemacht hat. Und das spannende jetzt beim Bausignal, zunächst mal, um das auch nochmal deutlich zu sagen, weil es gibt YouTube-Videos, die dann sagen, sie hätten eine Tonaufzeichnung des Bausignals, wo man, wenn man rumfiltert, Hundebellen hören kann oder Stimmenwirrwarr hören kann. Ein bisschen wie EVP. Ja. Sagst du auch, was EVP ist? Electronic Voice Phenomena. Genau. Das ist natürlich alles völliger Blödsinn, weil nämlich das Bausignal gar nicht ein Signal ist, was man in irgendeiner Weise hörbar machen kann, sondern es ist ein elektromagnetischer Ausschlag gewesen. Mehr nicht. Und du hast das Schmalbandicke schon beschrieben. Wenn man das also in einen Graphen einzeichnen würde, würde sich so eine glockenförmige Gestalt ergeben. Also eigentlich ein ganz typischer Verlauf. Und das und die Intensität machen das Ganze natürlich zu diesem Wow-Signal, was man so kennt. Der erste Hemmschuh kam vier Minuten später allerdings. Denn das Big Ear Radio Teleskop war so konzipiert, dass vier Minuten später ein weiterer Empfangsfokus sich wieder unter die Stelle gedreht hätte, wo man das Signal empfangen hat. Und das Signal war weg. Ja, also es kam, hat man später festgestellt, aus dem Sternbild Schütze. Zumindest so, wenn man das aus der Trajectory sagt, aus der Richtung. Genau, das konnte man feststellen. Es genauer festzustellen, von welchem Stern das Ganze nun kommt, das war so gut wie unmöglich. Das heißt, die Genauigkeit konnte man dann doch nicht anlegen. Aber das große Problem und so die erste Enttäuschung kam natürlich, als das Ding nicht repliziert werden konnte. Genau, und auch bis heute gibt es immer mal wieder Radioteleskope, die zum Sternbild des Schützen hingesteuert werden, um mal hinzuhorchen. Es gibt eben keine Wiederholung dieses Signals. Sodass es eben auch ganz, ganz schwierig ist, das Signal zu deuten. Das Signal war da, das Signal entsprach dem, wonach Setti gesucht hat. Genau, also auch dieser Frequenzbereich des Wasserstoffs war quasi getroffen, mehr oder weniger. Man weiß allerdings nicht, was es war. Man kann nicht sagen, es waren keine Außerirdischen. Man kann allerdings im Prinzip ja auch nicht sagen, dass es ein stellares Ereignis war. Weil man hat sozusagen auch kein Pendant gefunden für eine Supernova oder für irgendein Ereignis, was wir noch gar nicht vielleicht kennen. Herr Lesch hat wohl mal gesagt, dass es irgendwie ein Pulsar gewesen sein könnte. Könnte. Aber auch da bewegt er sich im Raum der Wahrscheinlichkeit. Also was man natürlich machen konnte, ist so ein paar Sachen auszuschließen. Also man hat irdische Quellen weitestgehend ausgeschlossen. Radiosender zum Beispiel dürfen in diesem Frequenzbereich überhaupt nicht arbeiten. Was ich übrigens auch nicht wusste. Ganz interessant. Damit man eben schauen kann, ob solche Signale von außen kommen. Genau. Und dann sind natürlich auch solche Sachen wie Asteroiden, Kometen oder wie auch immer ausgeschlossen worden. Da kann man natürlich relativ schnell feststellen, ob die zu dem Zeitpunkt in dem Bereich des Himmels zugegen waren. Es gab dann Spekulationen, dass in einem Satellit ein Signal von der Erde zurückreflektiert hat und all solche Dinge. Also man hat sich wirklich die wildesten, nicht die wildesten, aber man hat sich wirklich viele Gedanken gemacht, was es denn hätte sein können, auch an ganz banalen Quellen. Musste das aber alles mehr oder weniger ausschließen. Also können wir festhalten, das Wow-Signal war da. Das ist tatsächlich ein reales Signal, was all den Vorüberlegungen für ein extraterrestrisches Signal einer außerirdischen Intelligenz sprechen würde. Bis auf die Wiederholung. Bis auf die Wiederholung. Und Information hat es natürlich auch nicht enthalten. Also die Idee von SETI ist sowieso, vielleicht auch das kann man nochmal sagen, dass wenn man so ein Signal empfangen würde, man dann grundsätzlich wüsste, da ist was. Das war die grundsätzliche Idee. Und dann weiter forschen könnte und dann gucken wollte, ob man dezidiertere oder feinere Signale dort empfangen kann. Also ob dieses Signal Informationen vermittelt hat, davon ist nicht auszugehen. Das habe ich schon erklärt. Und vermutlich in der Theorie von SETI würde auch nicht Information mit so einem Signal vermittelt werden, sondern es würde vielmehr eher wie so ein Leuchtfeuer gesagt werden, guck mal, hier sind wir, horcht man in unsere Richtung genauer zu. Und man würde dann auf wahrscheinlich modulierte Signale, die dann auch Inhalt kodierten, liefern würde. Ja, also was man natürlich vermutet ist, wenn es denn keine außerirdische Intelligenz war, die sich da bemerkbar machen wollte, dass es vielleicht ein bisher noch unbekannter astronomischer Vorgang gewesen ist, den man bisher noch nicht recht deuten kann. Und auch das ist ja eigentlich ein ganz spannender Gedanke, dass da draußen irgendwas vor sich geht, was ein solches Signal produzieren kann, von dem wir aber noch nicht genau wissen, was es denn ist. Ja. Also. Es gibt noch viel zu tun. Es gibt noch viel zu tun. Man muss allerdings sagen, du hast es eigentlich schon gesagt, SETI ist finanziell sehr, sehr eingeschränkt worden. Es gibt inzwischen Forscher, die sagen, dass die Suche nach so einem Signal gar nicht sinnführend ist, sondern dass man eher nach außerirdischen Artefakten suchen sollte. Also nach Artefakten außerirdischer Intelligenzen. Da spielt immer wieder der Gedanke mit hinein. Es gibt so eine, wir können ja diese SETI-Doku, die ich mal rausgesucht habe, nochmal verlinken, wo dann fiktiv dargestellt wird, was dann passieren würde, wenn man so ein Signal findet. Und man ist am Überlegen, ob es nicht vielleicht irgendwann so weit gehen würde, dass man eher Maschinen in die Lage versetzt, sich selber zu replizieren und diese Maschinen auf die Reise schickt. Hatten wir eigentlich gesagt, dass das Signal ungefähr 122 Jahre unterwegs war? Nein, hatten wir noch nicht. Genau, also das muss man natürlich auch dazu sagen. Heizschätzung, genau. Ja, und wenn also solche Maschinen reisen würden und sich selber Rohstoffe suchen und dann wieder sich neu bauen und dann weiter auf die Reise schicken, dann würde es wahrscheinlicher sein, auf eben solche Artefakte solcher Maschinen zu treffen. Also auf künstliche Intelligenzen, wenn man es denn mal ganz weit fassen will. Und da sagen inzwischen einige Wissenschaftler und Forscher, dass es vielleicht sinnvoller wäre, nach diesen Artefakten zu suchen. Und zwar dann hier auch im näheren Umfeld von Erde und also im Sonnensystem letztendlich und zu schauen, ob man da nicht Artefakte außer Erste Intelligenzen findet. Gibt es eigentlich SETI at Home noch? Ich erinnere mich, dass wir da damals irgendwie... Ich meine oder beglaube sogar, dass es SETI at Home noch gibt. Ich habe es jetzt gar nicht recherchiert. Das war ein Programm, mit dem man dann Datenpakete entschlüsseln konnte, dekodieren konnte bei sich zu Hause. Man konnte also quasi seine eigene Rechnerkapazität zur Verfügung stellen. Genau. Und dann über das Internet immer wieder Datenpakete sich bestellen und dann entschlüsseln. Und das gibt es, soweit ich weiß, heute auch noch. Allerdings ist halt SETI ja bei weitem nicht mehr an so vielen Radioteleskopen aktiv, wie das früher der Fall war. Noch kurz zum Big Ear. Das ist, oh, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, 1995, 1997 abgerissen worden. Und da ist jetzt ein Golfplatz leider. Das ist auch eine sehr schöne Geschichte. Also auch schon fast eine Story der Woche aus dem Radioteleskop. Der wird Golf gespielt heute. Der wird jetzt heute Golf gespielt an der Universität. Genau, genau. Ja, bevor wir die Geschichte auflösen, spielen wir nochmal wieder ein paar Wow-Signale unserer Hörer vielleicht ein an dieser Stelle. Und dann lösen wir mal auf, was es mit dem merkwürdigen Rechtsanwalt, der es wohl zu gut mit seiner Rekonstruktion des Falls gemeint hat, auf sich hat. Ja, das ist noch hinten losgegangen. Hallo Alexa, hallo Alexander, liebe Skeptik-Katz. Herzlichen Glückwunsch zum hundertsten Podcast. Ich höre Uxilla am liebsten kurz vor dem Zu-Bett-Gehen. Also macht bitte weiter so, auf das ich noch lange was zu hören habe. Grüßle aus Stuttgart, eure treue Zuhörerin Susi. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zu 100 Jahren Hoxilla wünscht euch beiden der bunte Mat. Ich bin Thomas Frickel, Regisseur und Produzent des Films Die Mondverschwörung. Hoxilla hat mich ja zum Kinostart meines Films interviewt. Und in solchen Gesprächen merkt man immer sehr schnell, ob man auf einer ähnlichen Wellenlänge liegt. Also mal rein feinstofflich gesprochen. So habe ich Alexa und Alexander nicht nur als sehr engagierte, sondern auch als sehr sympathische Menschen kennengelernt. Und liebes Hoxilla-Team, ich staune ja immer wieder über euer Durchhaltevermögen. Denn 100 Ausgaben Hoxilla, das sind 100 Guerilla-Angriffe auf die Windmühlen der Unvernunft. Wir wissen ziemlich genau, dass wir die Unvernunft nicht besiegen können. Aber vielleicht schaffen wir es ja, sie hier und da zum Rückzug zu zwingen. Lieber Alexa, lieber Alexander, macht weiter so. Die Themen, und da bin ich mir ganz sicher, werden euch auch für die nächsten 100 Ausgaben nicht ausgehen. Die Auflösung Die Story der Woche von dem Verteidiger, der sich im Zuge einer Demonstration, um seinen Schützling freisprechen zu lassen, leider selber erschossen hat, ist tatsächlich so passiert. Und zwar ist sie passiert einem US-Politiker und eben auch Verteidiger namens Clement Laird Wallandekam. Und passiert ist sie im Jahre 1871. Das Ganze hatte natürlich den Hintergrund einer Bar, Schießerei, Schlägerei, Rangelei, wie auch immer. Und der Angeklagte war Thomas McGeehan. Und der ist tatsächlich hinterher freigesprochen worden und auch aus der Haft entlassen worden. Nur leider hat sein Verteidiger das nicht mehr erleben können, weil er an seinen Wunden gestorben ist. Aber die Demonstration im Hotelzimmer hat genau so stattgefunden. Tja, so kann es gehen. Der Arme. Sehr gut gemacht. Ungewöhnliche Art und Weise, sich selbst zu entleiben. Aber auch dann, hier haben die Geschichte dann mal den Vorwurf, wir würden immer nur Urban Legends erzählen bei der G. gewirkt. Also eine sehr schöne Geschichte, die völlig verrückt ist, die dann auch wahr ist. Und ja, jetzt spielen wir nochmal so den Rest der vielen, vielen Einsendungen, die wir bekommen haben, ein. Wir melden uns aber am Ende der Einspieler nochmal wieder. Und lassen wir euch jetzt mal noch ein bisschen mit den ganzen tollen Wünschen für ein paar Minuten alleine, die wir von Hörern bekommen haben und die, glaube ich, aber auch alle sehr, sehr unterhaltsam sind. Und beginnen wir an dieser Stelle mit etwas, was ich ja auch ganz toll finde mit einem Gedicht, nämlich eine Ode an Hoxilla. Und dann nochmal vielen Dank auch an Lars, der uns das geschickt hat, weil die sehr, sehr schön geworden ist. Hallo Alexa und Alexander. Mein Name ist Lars und ihr habt bestimmt noch nie irgendwas von mir gehört. Dafür habe ich schon umso mehr von euch gehört, nämlich fast alle Folgen. Ihr wart einer der ersten Podcasts, die ich wirklich regelmäßig gehört habe und habt mich letztlich auch dazu inspiriert, selber ein bisschen was auf die Beine zu stellen. Daraus ist vor ein paar Monaten die Geschichtendose entstanden, wo ich eben eigene Texte vortrage, die ich selbst geschrieben habe. Und um euch jetzt final für eure hundertste Folge zu huldigen, habe ich für euch ein kleines Gedicht geschrieben. Und das möchte ich euch jetzt hier vortragen. Wo sich Bigfoot und Hitler Gute Nacht sagen. Lostradamus hat einmal gesagt, Kurz darauf wird die Welt wohl untergehen. Das haben wiederum die Maya gesehen. Vielleicht werden wir dann alle von Riesenkraken gefressen, jene zuerst, die von Cthulhu besessen. Ihnen wird dann die Gnade des frühen Todes zuteil. Bieten in der Hölle ihre Körper Jack the Ripper feil. Wo sich Bigfoot und Hitler Gute Nacht sagen, da sind sie zu Haus. Alexa und Alexander, die Meister des wahnsinnigen Weltbildbaus. Alles Geheimsache, alles vertuscht, gekaufte Wissenschaft, die Medien verpfuscht. In Hitlers Palast im Innern der hohlen Erde steht die Bundeslade im Bernsteinzimmer auf dem Rücken zweier Tempelritterpferde. Eine Flugscheibe fliegt vom Südpol zum Mond, wo Adolf meist im Sommer wohnt. Dort trifft er sich mit riesigen Besuchern von fremden Planeten zum Fünf-Uhr-Tee und um einen Kristallschädel anzubeten. Muss man wissen, ohne Hoxilla hätte ich all das nie erfahren, wäre nicht gewarnt vor all den Gefahren. Nun sitze ich mit einer Alumütze vor homöopathieverträglicher, süßstofffreier, roter Grütze in einem Bunker unter der Erde, wo ich nicht von Chemtrails behelligt werde. Mein einziger Freund ist Houdinis Geist, der immer wieder auf seinen Freund Tesla verweist, wenn ich ihn darum bitte, aus dem Woi-Nich-Manuskript vorzutragen. Wenn mich dann Albträume von Vampiren und Wehrwölfen plagen, decke ich mich mit dem Turiner Grabtuch zu. So entschlummere ich sanft und finde meine Ruhe. Morgen ist Sonntag, da schlafe ich aus. Gehe erst gegen Mittag zum Lichtessen raus. Bevor mich Freimauerspione ausspähen, werde ich dann schnell wieder in meinen Keller fliehen. Dort warte ich bis zum Abend, um mich an Fotos von Matahari labend auf die neue Episode zu warten. So nenne ich Huxilla meinen geistigen Garten. Danke für 100 Folgen Unterhaltung und Wissen. Gäbs euch nicht, ich würd was missen. Wenn ich zu Beginn einer jeden Woche mein geliebtes Glöckchen verlasse ist, das ich bisher erleben durfte. Und Huxilla ist praktisch von Anfang an und bis heute ein kleiner Teil davon. Und alleine dafür gebietet es meiner tiefsten Dankbarkeit für das, was ihr da nun seit verdammt noch mal 100 Folgen raushaut. Aber abgesehen von dieser meiner ganz persönlichen Konnotation eures Podcasts, ganz ehrlich, für das, was ihr für die gesamte Podcastszene geleistet habt, gebührt euch über die Maßen Respekt und Applaus. Ihr seid eines der Paradebeispiele dafür, was Podcasts leisten kann. Eine Erfolgsgeschichte, über die Bücher geschrieben werden könnte. Und sogar über diese kleinen Netznische hinaus habt ihr mit Huxilla ein Format geschaffen, das mindestens Grimme verdächtig ist. Es ist authentisch, es ist ambitioniert, es ist ein Format, das in der gesamten deutschen Medienlandschaft seinesgleichen sucht. Edutainment. Würde es diesen Kunstbegriff nicht geben, müsste er für Huxilla erfunden werden. Großartig! Ihr rockt, ihr seid Helden, ihr seid Vorbild, ihr tragt die helle Fackel der Aufklärung vor euch her, ihr habt skeptisches Denken weit, weit über die kleinen Zirkel von Gewupp und Co. hinaus in die Welt getragen. Aber aus großer Macht wächst auch große Verantwortung. Wenn ihr euch dessen bewusst seid, kann ich mich, als einer eurer vielen, vielen Hörer, noch auf viele, viele weitere spannende Folgen freuen. Es gibt noch so viele Geheimnisse, Mythen und Legenden, die es für euch zu erzählen und zu entzaubern gilt. Ich freue mich drauf. Auf die nächsten, mindestens weiteren, 100 Folgen. Huxilla, smakig! Lieber Alexa, lieber Alexander, ich gratuliere euch herzlich auch im Namen der GWOP zur 100. Folge von Huxilla. Ihr habt die skeptische Medienlandschaft bei Reichardt und euer Erfolg ist wirklich beeindruckend. Und ja, ihr steckt viel Herzblut in euer Projekt und ich freue mich tierisch auf die nächsten 100 Folgen. Es ist ja anzunehmen, dass euch die Themen nicht ausgehen werden. Also alles Gute, Ruven Schäfer. Ja, hallo Alexa. Hallo Alexander, liebes Huxilla-Team. Ihr wünscht euch ja immer mal wieder ein Audiokommentar zu bekommen. Ja, das könnt ihr haben. Ihr nehmt euch nicht so ernst, aber schafft es, Themen so aufzubereiten, dass, sage ich mal, der skeptische Hintergrund hervorgehoben wird, aber nie ein Vorurteil dort großartig zu erkennen ist. Außer natürlich bei Dingen, die jetzt sehr offensichtlich sind. Ich sage nur Schwabenland. Aber solche Themen kann man eigentlich auch nur so behandeln und ihr macht das richtig gut. Und dafür bin ich euch sehr dankbar. 100.000 Jahre Huxilla. 100.000 Jahre? Da bin ich aber skeptisch, nicht? Glückwunsch von den Mespotin-Sessions. Sessions.mespotina.de Hallo, liebe Alexa. Hallo, lieber Alexander. Hier ist Tobi vom Einschlafen-Podcast und ich muss euch ganz herzlich gratulieren. Nein, ich will euch ganz herzlich gratulieren. Wisst ihr was? Ich gratuliere euch einfach ganz herzlich zur 100. Episode von Huxilla. Das habt ihr ganz großartig gemacht. Im Gegensatz zu mir, der einfach immer nur langweiligen Scheiß erzählt, setzt ihr euch hin und recherchiert und gebt euch Mühe und produziert ganz großartige Sachen. Insofern sind eure 100 Folgen mal mindestens so viel wie von mir 1.000 Einschlafen-Podcasts? Keine Ahnung. Zumindest macht ihr das ganz großartig. Ich bewundere euch für die Konsequenz, mit der ihr das durchzieht. Und ja, auf die nächsten 100 würde ich sagen. Aber jetzt zählt ihr ja erst mal zum Kreis der Greise. Ab der 100. Episode wird alles ein bisschen anders. Bereitet euch drauf vor. Ich für mich habe festgestellt, es stellt sich ein bisschen Ruhe ein. Der nächste große Schritt, also die 200. Episode ist vollkommen langweilig wahrscheinlich. Vielleicht ist die 500. mal wieder irgendwie ein Event wert oder so. Aber der nächste große Schritt ist dann erst die 1.000 und das ist eine Weile hin. Also genießt die 100. Das ist eine geile Zahl. Und was soll man noch sagen? Feiert schön. Immer schön skeptisch bleiben. Und ja, wir hören uns im Podcast-Cluster Hamburg. Ja, hallo, liebe Sorgsilla-Team. Hier ist der Seppo. Zuerst mal herzliche Glückwünsche zu eurer 100. Folge. Und ich kann sagen, das ist tatsächlich eine der interessantesten Neuentdeckungen, die ich, Neuentdeckung ist gut gesagt, ich höre sie jetzt schon sehr lange, aber eine der interessantesten Entdeckungen, die ich im Internet gemacht habe. Euer Podcast auf alle Fälle. Jede Woche wieder, fast jede Woche wieder, sehr interessant aufbearbeitete, sehr interessante Themen, super recherchiert, immer mit der nötigen Distanz, aber auch mit einem Augenzwinkern zum Thema. Story der Woche, jede Woche wieder spannend mitzuraten. Und ich kann sagen, das ist tatsächlich mit der Zeit immer besser geworden. Voxilla begleitet mich jetzt schon, seit ich den Podcast entdeckt habe. Jede Woche, sei es im Zug oder sei es auch mal im Urlaub, oder wenn man einfach mal gerade nicht weiß, was man tun soll. Nachmittags, abends, zu Hause, in der Universität, beim Arbeiten. Eigentlich ist Voxilla überall dabei da. Es ist immer spannend, das zu hören. Und ja, also, ich habe mich jetzt vermutlich schon mehrfach wiederholt und ich kann eigentlich nur sagen, macht es weiter so und es ist wirklich toll. Also, herzliche Glückwünsche und ich freue mich schon auf die kommenden Podcasts. Habi derdi! Ich grüße euch, liebe Hoaxmistress, hochgeschätzter Hoaxmaster, viele Grüße aus Lüneburg vom Hobbykoch Podcast. Ich gratuliere euch herzlich zur hundertsten Folge. Ich bin begeistert von euren Sendungen. Vielen Dank für die spannenden, informativen, unterhaltsamen und zum Teil auch gruseligen Themen, die ihr recherchiert, aufbereitet und in einer sehr schönen Art und Weise präsentiert habt. Ich hoffe, dass ihr noch viele hundert weitere Folgen produzieren werdet und als kleine Überraschung zu eurem Jubiläum habe ich mir etwas Besonderes ausgedacht. Im Hobbykoch Podcast habe ich eine neue Rubrik eingeführt, das Podcast Sandwich, also Sandwich-Rezepte, die ich besonders tollen Podcasts widmen möchte und da habe ich mir ein Rezept ausgedacht. Ich möchte da nicht zu viel verraten, ein bisschen Spannung soll da bleiben. Ich verrate nur so viel, es wird in der Hobbykoch Podcast Episode Nummer 10 kommen. Das war es auch schon von meiner Seite. Ich danke euch und wünsche euch alles Gute. Macht weiter so. Euer Kai Daniel Du. Hallo, 100 Folgen Hoxilla ist eine geile Scheiße. Eine echte Marktlücke war das. Ich mache ja eine Wissensshow seit 12 oder 13 Jahren im Öffentlich-Rechtlichen, aber die ist auch im Netz als Podcast zu haben, aber hier die Hoxilla-Sache, die rockt natürlich noch ein bisschen krasser. Man kann da auch vielleicht noch bizarrere Themen reinnehmen. Das war echt Zeit, dass das stattgefunden hat. Die beiden sehr bezaubernden Hoax, Master und Mistress sind natürlich auch ein Traum. Ein Traum sind die zwei und wenn man sich die Download-Raten anguckt, dann beißt sich natürlich jeder kommerzielle Anbieter in die Beine, dass er da nicht dran gedacht hat. Aber auch hier, das gibt es gratis, die saugeilen Hoxilla-Folgen, die etwas getan haben, was kein Mensch gepackt hat, nämlich endlich mal diese ganze Sache sexy zu machen und auf Deutsch zu machen und regelmäßig zu machen und qualitätsvoll zu machen und einfach geile Schweine dabei zu sein. Herzlichen Glückwunsch, liebe Hoxillas. Marc Benecke, Kriminalbiologe. Hallo Alexa und Alexander. Hier sind Christoph auf Twitter mitgezwitschert und Torben Wieserle. Wir grüßen euch aus Potsdam nach Hamburg. Wir gratulieren euch zu eurer hundertsten Sendung und wir freuen uns auch auf die nächsten 100 Folgen. Ja, Hoxilla und Skeptoskop, das sind ganz tolle Podcasts und ihr macht tolle Arbeit, macht weiter so. Wir haben uns schon immer für die Themen interessiert, für skeptisches Denken und Verspörungstheorien und hoffen, dass ihr damit auch noch viele, viele, viele andere erreichen könnt. Ja, eure Aufklärung ist auf jeden Fall sehr wichtig und ihr habt es geschafft, für diese Themen zu begeistern und wünschen uns, dass ihr viel weiter so macht und einfach noch tausend Milliarden Folgen neu aufnehmt. Ja, und das mindestens in diesem Jahr noch. Ja, ja, mindestens. Und macht mal wieder ein Hörertreffen in Potsdam beziehungsweise Berlin ist auch okay und da würden wir dann sehr, 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 sehr gerne wieder dabei sein beziehungsweise ich zum ersten Mal und ich zum zweiten Mal. Genau. Und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß und wir wollen uns auch noch ganz, 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 ganz herzlich bedanken für eure tollen Podcasts. Tschüss! Ich muss gestehen, für mich taugt Hoaxilla überhaupt nicht, denn ich benutze Podcasts eigentlich immer zum Einschlafen und das funktioniert mit eurem leider nicht. Hallo, liebe Hoaxilla-Freunde. Ich möchte mich für 100 tolle Folgen bedanken. Nicht nur, dass mir der Podcast viele lange Autofahrten verkürzt, auch der Beginn der Arbeitswoche ist mit einer neuen Folge einfach schöner. Vielen Dank an den Hoax Master und die Hoax Mistress für ihr aufklärerisches und informatives Format. Auf die nächsten 100 Folgen macht weiter so. Tschüss! Ja, hallo, hier ist der Andreas auf Twitter als Edkurze Rose unterwegs und ich wollte eigentlich nochmal herzlichen Glückwunsch sagen zu 99 Folgen, die ihr bis jetzt habt von Hoaxilla und dann jetzt ja hoffentlich herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge. Ich bin übrigens zu Hoaxilla gekommen, als der Hoax Master beim Holgi zu Gast war in den Ferngesprächen und habe mir dann überlegt, ja, dann steigst du nochmal ein, habe dann alle Folgen schön nachgehört und pünktlich zum Real Life war ich dann aktuell und konnte deswegen so das Real Life perfekt genießen und ja, macht so weiter, ihr seid super auf die nächsten 100 Folgen. Tschüss! Liebe Hoax Mistress, liebe Hoax Master, bald habt ihr eure 100. Folge und ihr habt uns, eure geschätzten Hörerinnen und Hörer gebeten, euch ein wenig Feedback zu senden. Als angehender Lehrer bin ich ja über die Feedback-Regeln bestens informiert und auch in Uni-Seminaren hängt es mir zum Halse heraus, konstruktives Feedback in jeder Stunde vier bis sechs Mal am Tag. Yay! Und trotzdem setze ich mich kurz hin, nehme mir die Zeit und versuche euch ein konstruktives Feedback zu geben. Ihr habt einen sehr hohen Anspruch an euer Format, ihr bemüht euch wirklich redlich, diesen auch immer einzuhalten. Ich finde, ihr habt eine sehr schöne und sehr durchstrukturierte Sendung. Auch wenn mir die Musik nicht gefällt, die ihr in eurem Intro benutzt, schafft ihr es damit, diese gewisse Stimmung rüberzubringen, die ich denke, dass ihr versucht, sie rüberzubringen. Natürlich gefallen mir nicht alle eure Themen. Oft denke ich mir, ja, ist das ein Hoax? Und dann denke ich mir, ist das nicht egal? In meiner Wahrnehmung versucht ihr nämlich nicht nur einzelne Mythen, Hoax, wie auch immer man sie nennen möchte, auseinanderzunehmen, sondern ihr habt das, was wir Lehrer, wir angehenden Lehrer als einen Bildungsauftrag bezeichnen. Und ich denke, ihr erfüllt diesen sehr gut. Denn an mir selbst merke ich, dass ich gewissen Sachen einfach kritischer gegenüberstehe und mir denke, was würde die Hoaxmistress dazu sagen? Naja, nicht ganz so. Bisschen übertrieben. Aber ihr schafft es, denke ich, bei einigen Hörern den, wie soll man es nennen, das Weltbild ein wenig zu gerade zu rücken. in eine aufgeklärte, skeptische Herangehensweise. Ansonsten, arbeitet an euch. Ich meine, das tut ihr sowieso. Ihr seid, zumindest kommt ihr so rüber, kleine Perfektionisten. Ihr werdet es nie allen Leuten recht machen. Nie werden alle Leute alle eure Themen gut finden. Aber bleibt euch treu. Ich denke, ihr macht einen sehr guten Job. Ach, verdammt, klang das alt. Macht einfach weiter so. Hallo Alexa und Alexander. Hallo liebe Hoaxilla-Hörer. Ich habe mir eigentlich gerade so einen Text vorbereitet, den ich ja so vortragen wollte. Aber das ist eigentlich nur bescheuert. Darum wünsche ich mal so Freischnauze euch alles Gute zu eurer hundertsten Folge. Und ich hoffe, dass noch viele weitere kommen werden. Euer skeptischer Hörer aus München. Liebe Hoaxillas, lieber Hoaxmaster, liebe Hoaxmistress, alles Gute zur hundertsten Folge vom Biertaucher-Podcast. Wir gratulieren herzlich und hoffen, dass noch ganz, ganz viele Hoax kommen. Oder noch keine Hoaxi. Und wir hören auch und finden euch ganz toll. Also viele von uns. Und wir flattern auch brav. Genau. Viele von uns. Dann nur so liebe Grüße aus Wien und macht nur so weiter. Genau. Punkt. Du bist ja nicht der Einzige, der die wirklich hört. Magst du richtig? Hallo, liebe Hoaxmaster. Mein Name ist André und ich höre euren Podcast schon fast seit ihr damit angefangen habt. Besonders freut mich, dass auch ihr von der Evolution nicht verschont bleibt. Bessere Technik wurde angeschafft, neue Musik eingespielt und insgesamt wirkt der Podcast nun professioneller als noch am Anfang. Besonders auch der interessanten Gäste wegen, die, wie ich finde, immer hochkarätiger geworden sind. Dass ihr euren Witz und die Wohnzimmeratmosphäre dabei nicht auf der Strecke habt bleiben lassen, das freut mich wirklich sehr und lässt mich auch auf viele weitere Jahre Hoaxilla hoffen. Ich werde jedenfalls ein treuer Hörer bleiben und auch meinen Freunden und Bekannten immer wieder damit auf die Nerven gehen, euch doch endlich mal zuzuhören. Danke für das, was ihr bisher geleistet habt. Viel Glück für das, was ihr noch leisten werdet, für alle eure weiteren Projekte und alles Gute zu eurer hundertsten Folge. Ich hoffe, bei der zweihundertsten hören wir uns wieder. Macht's gut. Hallo, ich bin der Matthias vom Takeover Podcast Network oder wohl besser als Hirse oder ein Podcast an sich als Hirsemann bekannt und ich bin selber Podcaster und Podcast-Hörer und deshalb möchte ich Hoaxilla zur 100. Episode, zur 100. Folge gratulieren. Also 100 Episoden muss man erstmal schaffen und dann auch noch mit solchen Themen, wie ihr sie habt. Grandioser Podcast, kann ich nur sagen. Und wie ich zu Hoaxilla gekommen bin, nur noch schnell, vielleicht kennt ihr den Folgequatsch-Podcast. Genau dieser hat mich nämlich auf euren Podcast gebracht und seitdem höre ich mir jede Episode von eurem Podcast an. Ich bin immer sehr, ja, sehr erstaunt, welche Themen ihr immer dabei habt, weil ich beschäftige mich an sich nicht mit solchen Themen, aber seitdem ich euren Podcast fahre, finde ich diese Themen eigentlich recht interessant und freue mich immer auf die neueste Episode von Hoaxilla und auf jeden Fall kann ich nur meine Glückwünsche ausrichten und ich hoffe, es kommen noch ein paar gute Episoden. Macht weiter so. Ja, viele Minuten später sind wir wieder da, nachdem wir euch ganz, ganz viele Glückwünsche vorgespielt haben und das tun wir natürlich zum einen, weil es sehr, sehr amüsant ist. zuzuhören, zum anderen, weil wir selber sehr stolz darauf sind, dass Menschen wie Herr Thomas Frickel, der sich schon in der Mondverschwörung gemeldet haben, aber noch viel stolzer sind wir, dass die Leute, die vielleicht nicht gerade ein Filmtonstudio oder ein Podcaststudio oder wie auch immer das Equipment gerade zu Hause haben, sich trotzdem bemüßigt haben, uns eine kurze Nachricht zu schicken. Damit meinen wir dich, lieber Hörer, liebe Hörerin und wir sind tatsächlich sehr, sehr stolz, wäre das eine Wort, aber auch sehr demütig, dass so viele von euch sich Mühe gemacht haben, sich Sachen ausgedacht haben und Sachen geschickt haben. Vielen Dank dafür und Alexa, wir haben uns da sehr, sehr drüber gefreut. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, die Begeisterung kannte keine Grenzen und ich finde das einfach total wunderbar und lieb zu hören, wie viele Leute eben an uns gedacht haben und sich die Mühe gemacht haben. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist natürlich auch aufwendig, sich dann hinzusetzen und sowas aufzunehmen. Genau. Also es ist echt super. Und all diejenigen, die gesagt haben, unsere Qualität hätte sich gesteigert im Laufe der letzten 100 Folgen. Vielen Dank. Wir werden trotzdem auch weiter an uns arbeiten und weiter an unserer Qualität arbeiten und damit wir auch dann zukünftig euch spannende Folgen liefern können, dass wir auch zukünftig wieder Reportagen machen. Wir koordinieren gerade wieder Interviews, die scheinen ja sehr, sehr gut anzukommen und sind für uns auch super, weil wir wirklich echte Experten in bestimmten Feldern zu Rate ziehen können zu verschiedenen Themen. Ja, weil das Tolle ist ja, also ihr lernt hoffentlich beim Hören was. Wir lernen bei der Recherche auch auf jeden Fall jede Menge, denn über viele Themen wissen wir auch so am Anfang irgendwie gar nichts und das ist dann halt echt spannend, irgendwie im Zuge der Recherche sich da dieses Wissen anzueignen und wir sind einfach total dankbar, dass wir das machen können. Genau. Und wir sind dankbar, dass ihr einschaltet jede Woche und damit entlassen wir euch in den Sonntag, wünschen euch eine schöne Woche und verbleiben mit unserem Slogan immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. 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 Musik Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.hoxilla.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Hoxilla ist eine Rackertrube-Production aus dem Jahre 2012. obviamente. Das ist ein Rackertrube-Film, das ist eine Rackertrube-Recher, die uns dort genau, die uns traut alterösung und die ein districts